Der Streit betraf den verdienstvollen Bauleiter, Herbert Seiler. Zufälligerweise war ich einmal nicht gemeint. Ich sind leid, dass ich solle mit Leuten schaffen, die nicht wie Scheiße machen. In der Natur machen wir nicht wie Scheiße. Mit der Kombi zangen wir an der Dämonie-Eise-Fest. Wo sind wir denn hier, bitte? Kann doch nicht sein, dass ich mich um jeden Scheißdreck kümmern. Wo sind wir denn? Wenn wir mal im Busch werden, näher. Der Anlass war nichtig. Ich griff gar nicht erst ein, da Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Kannst du ja scheiß besser. Ah ja, kann ich das nur besser. Ein kleiner Kind kann das nur besser, wo er es geschafft hat. Das ändert sich nicht. Das ist doch eine Frechheit. Das ist doch eine Frechheit. Musst du doch selber sagen, dass das nur eine Frechheit ist, wo der mir geht, den Kopf schmeißt. Ich habe mir ganz lebe gebaut. Ich kann gerade mal holen. Ja, ich habe ja selber gesehen, was er gemacht hat. Das ist gut. Mit Wurstseil hat er die Verschalung festgebunden. Kommt da ein Appes. Ein Appes kommt da dran. Das hält doch nicht.